Innere Selbstgespräche sind eine Gewohnheit, der sich jeder hingibt. Wir könnten nicht mehr damit aufhören, mit uns selbst zu sprechen, wie wir aufhören könnten zu essen und zu trinken. Alles, was wir tun können, ist die Art und Weise, sowie die Richtung unseres inneren Gesprächs zu kontrollieren. Die meisten von uns sind sich völlig unbewusst über die Tatsache, dass unsere inneren Gespräche die Ursache für die Umstände unseres Lebens sind. Es heißt, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so lebt er. Aber wissen wir, dass das Denken des Menschen den Faden folgt, die durch seine eigenen inneren Gespräche geebnet wurden? Um die Fade zu ändern, an die man gebunden ist, In die Richtung, in die man will, muss man sich von seinem vorigen Gespräch abbringen. Das ist, was in der Bibel der alte Mensch genannt wird und was in der Seele des Geistes erneuert wird. Die Sprache ist Abbild des Geistes. Um also den eigenen Geist zu ändern, muss man zuerst das eigene Sprechen ändern. Unter Sprache sind die inneren Gespräche gemeint, denen wir uns in uns selbst hingeben. Die Welt ist ein magischer Kreislauf unendlich vieler möglicher geistiger Verwandlungen, denn es gibt eine unendliche Anzahl möglicher geistiger Unterhaltung. Wenn der Mensch die schöpferische Kraft des inneren Gesprächs entdeckt und erkennt, dann wird er ebenfalls seine Aufgabe und seine Bestimmung im Leben begreifen. Dann kann er zielgerichtet handeln. Ohne dieses Wissen handelt er unbewusst. Alles ist eine Manifestation der mentalen Gespräche, die in uns vor sich gehen. Ohne, dass wir uns dieser bewusst sind. Aber als so weit entwickelte Wesen müssen wir uns ihrer bewusst werden und mit einem Ziel, einer Bestimmung handeln. Die mentalen Gespräche eines Menschen ziehen sein Leben an. Solange es keine Veränderung des inneren Gesprächs gibt, bleibt die persönliche Geschichte des Menschen gleich. Zu versuchen, die Welt zu verändern, bevor wir unser inneres Gespräch ändern, ist ein Kampf gegen die innerste Natur der Dinge selbst. Der Mensch kann sich immer und immer wieder im gleichen Kreislauf von Enttäuschung und Ungemacht drehen, ohne sein eigenes negatives inneres Reden dafür als Ursache, sondern andere als Verursacher zu sehen. Das mag weit hergeholt erscheinen, aber es ist ein Thema, das sich anbietet für Forschung und Experiment. Die Formeln, die Chemiker veranschaulichen, sind nicht sicherer beweisbar als die Formel dieser Wissenschaft, bei denen die Worte gekleidet sind in eine objektive Realität. Eines Tages erzählte mir eine Frau von ihren Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit ihrem Arbeitgeber. Sie war überzeugt, dass er sie zu Unrecht kritisierte und ihre so großen Bemühungen zurückwies. Als ich ihre Geschichte hörte, erklärte ich ihr, dass, wenn sie ihn für unfair halte, sei das ein sicheres Zeichen dafür, dass sie in sich selbst eine neue Art des Gesprächs benötigte. Es bestand kein Zweifel, dass sie sich im Geiste mit ihrem Arbeitgeber stritt. Für andere nur das Echo dessen, was wir ihnen im Geheimen zugeflüstert haben. Sie gestand, dass sie den ganzen Tag lang mit ihm stritt. Als sie erkannte, was sie bis jetzt getan hatte, stimmte sie zu, ihre inneren Unterhaltungen mit ihrem Arbeitgeber zu ändern. Sie stellte sich vor, dass er sie zu ihrer guten Arbeit beglückwünschte und sie ihm im Gegenzug für seinen Lob und seine Freundlichkeit gedankt hatte. Zu ihrer großen Freude entdeckte sie bald, dass ihre eigene Haltung die Ursache für alles war, was ihr widerfuhr. Das Verhalten ihres Arbeitgebers kehrte sich um, als Echo, wie es bisher immer der Fall war, unseres inneren geistigen Gesprächs mit ihm. Ich sehe selten einen Menschen allein, ohne mich zu fragen, mit was für einer Art von Gespräch er wohl verwoben ist, auf welchen geheimnisvollen Wegen er wandelt. Wir müssen damit anfangen, das Leben nicht ernst, sondern bewusst zu nehmen. Denn die Lösung aller Probleme liegt einfach genau darin. Der zweite Mensch, der Mensch des Himmels, in jedem von uns, versucht sich im Körper seiner selbst bewusst zu werden, damit er sich um die Belange seines Vaters kümmern kann. Was sind seine Aufgaben? Seinen Vater zu imitieren, der Meister des Wortes zu werden, Meisterschaft über sein inneres Gespräch zu erlangen, damit er diese unsere Welt in ein Gleichnis mit dem Königreich der Liebe formen kann. Der Prophet sagte, Seid Gottes Nachahmer, wie geliebte Kinder. Wie sollte ich Gott nachahmen? Nun, uns wird gesagt, dass Gott Dinge nennt, die nicht gesehen werden, als ob sie gesehen würden. Und das Unsichtbare wird sichtbar. Das ist die Art und Weise, wie die Angestellte Lob und Freundlichkeit von ihrem Arbeitgeber ins Leben gerufen hat. Sie führte ein imaginäres Gespräch mit ihrem Arbeitgeber in der Annahme, dass er sie gelobt hatte. Und das tat er dann auch. Unsere inneren Unterhaltungen repräsentieren auf verschiedenste Arten und Weisen die Welt, in der wir leben. Unsere individuellen Welten sind Selbstoffenbarung unseres eigenen inneren Gesprächs. Uns wird gesagt, dass zu jedem nutzlosen Wort, das der Mensch spricht, sie darüber Rechenschaft ablegen sollen. Denn durch ihre Worte sollen sie Recht bekommen. Und durch ihre Worte sollen sie verurteilt werden. Wir verlassen uns selbst durch das negative innere Sprechen und erwarten dennoch, dass wir das Kommando über unser Leben behalten. Unsere gegenwärtigen mentalen Gespräche weichen nicht in die Vergangenheit zurück, wie der Mensch glaubt. Sie dringen in die Zukunft vor und konfrontieren uns als verschwendete oder investierte Worte. Mein Wort, sagte der Prophet, soll nicht zu mir geboren zurückkehren, sondern es soll vollbringen, was mir beliebt und soll erblühen in all die Dinge, zu denen ich es gesandt habe. Was für ein Wort würde ich nutzen, um einem Freund zu helfen? Ich würde mir vorstellen, dass ich seine Stimme höre, dass er körperlich anwesend ist, dass meine Hand auf ihm liegt. Ich würde ihm dann zu seinem Glück gratulieren, ihm sagen, dass ich ihn noch nie besser gesehen habe. Ich würde zuhören, als ob ich ihn hören würde. Ich würde mir vorstellen, dass er mir sagt, dass er sich niemals besser gefühlt hat, dass er nie glücklicher war. Und ich würde wissen, dass in dieser liebevollen, wissenden Teilnahme, dieser Kommunion aneinander, einem Miteinander dicht besiedelt mit liebenden Gedanken und Gefühlen, mein Wort gesandt wurde. Und es nicht ins Leere zu mir zurückkehren soll, sondern es erblühen soll zu der Sache, zu der ich es ausgesandt habe. Jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Tag der Erlösung. Es ist nur das, das, was jetzt getan wird, was zählt, auch wenn seine Auswirkungen noch nicht sichtbar sein mögen, bis morgen. Wir rufen, nicht aufgrund einer Erlaubnis, sondern aufgrund einer inneren Bemühung, intensive Aufmerksamkeit hervor, um aufmerksam zuzuhören, genau so, als ob das Gehörte dabei ist, erschaffen zu werden. Die Ereignisse und Beziehungen des Lebens sind Dein sichtbar gemachtes Wort. Die meisten von uns berauben anderer ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, freundlich und großzügig zu sein, durch unsere starre Haltung ihnen gegenüber. Unsere Einstellungen entfalten sich in uns in Form von inneren Gesprächen. Das Sprechen von Prämissen, von Annahmen unseres erfüllten Wunsches ist der Weg zur bewussten Erschaffung von Umständen. Unsere inneren Unterhaltungen sind ständig im Außen verbildlicht, überall um uns herum, in den Geschehnissen. Daher, was wir uns wünschen, im Außen zu sehen und zu hören, müssen wir im Inneren sehen und hören. Denn die ganze manifestierte Welt zeigt uns, welchen Gebrauch wir vom Wort machen. Wenn Du diese Kunst des kontrollierten inneren Sprechens übst, wirst auch Du wissen, welch ein Nervenkitzel es ist, sagen zu können Und jetzt habe ich Dir vorher gesagt, bevor es geschehen ist, was er, wenn es geschehen ist, vielleicht glauben kann. Du wirst in der Lage sein, Deine Vorstellungskraft bewusst zu nutzen, um die immensen schöpferischen Energien Deiner inneren Reden von der geistigen, emotionalen Ebene aus zur physischen Ebene zu transformieren und zu kanalisieren. Und ich weiß nicht, mit welchen Grenzen, wenn es überhaupt welche, bei einem solchen Vorgeben gibt. Was ist Dein Ziel? Passt Dein inneres Gespräch dazu? Das muss es, weißt Du, wenn Du Dein Ziel verwirklichen willst. Oder, wie der Prophet fragte, können zwei miteinander schreiten, außer sie sind sich einig? Und die Antwort ist natürlich, nein, das können sie nicht. Die beiden, die miteinander übereinstimmen müssen, sind Dein inneres Gespräch und der gewünschte Zustand. Das, was Du im Außen zu sehen und zu hören wünschst, musst Du im Inneren sehen und hören. Jede Stufe des menschlichen Fortschritts wird erklommen durch das bewusste Üben seiner Vorstellungskraft, sodass die innere Sprache mit dem erfüllten Wunsch übereinstimmt. Wenn wir unser inneres Sprechen kontrollieren und es mit unserem erfüllten Wunsch übereinstimmen lassen, können wir alle anderen Vorgehensweisen beiseite legen. Dann handeln wir ganz einfach durch klare Vorstellungskraft und Absicht. Wir stellen uns den Wunsch bereits im erfüllten Zustand vor und führen Gespräche von dieser Annahme aus. Das richtige innere Gespräch ist das Gespräch, das Deins wäre, um Dein Ideal zu verwirklichen. Mit anderen Worten, es ist die Sprache des erfüllten Wunsches. Jetzt wirst du verstehen, wie weise der Alte war, als er uns in der Hermetika sagte, dass es zwei Gaben sind, die Gott nur den Menschen und keinem anderen sterblichen Geschöpf geschenkt hat. diese beiden sind der Geist und die Sprache und die Gabe des Geistes und der Sprache sind gleichbedeutend mit der Unsterblichkeit. Wenn ein Mensch diese beiden Gaben richtig einsetzt, wird er sich in nichts von den Unsterblichen unterscheiden. Und wenn er seinen Körper verlässt, werden Geist und Sprache seine Führer sein und durch sie wird er zu der Schar der Götter und der Seelen gebracht werden, die Glückseligkeit erlangt haben. Mit der Gabe des Geistes und der Sprache erschaffst du die Bedingungen und Umstände des Lebens. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort, sagte Hermes, ist der Sohn und der Geist ist der Vater des Wortes. Sie sind nicht voneinander getrennt, denn das Leben ist die Vereinigung von Wort und Geist. Du und dein inneres Gespräch oder Wort sind eins. Wenn dein Geist eins ist mit deinem inneren Gespräch, dann bedeutet die Verwandlung im Geist die Verwandlung des Gesprächs. Es war ein Blitz der tiefsten Einsicht, der Paulus lehrte zu schreiben, lege das alte Gespräch ab, den alten Menschen, der fehlerhaft ist und werde erneuert im Wesen deines Geistes. Diesen neuen Menschen anzulegen, dich mit dem neuen Menschen zu kleiden und werde im Wesen deines Geistes erneuert, bedeutet, dein inneres Gespräch zu ändern, da das Reden und der Geist eins sind. Ein Verändern der Sprache ist ein Ändern des Geistes. Der Prophet Samuel sagte, der Herr habe durch mich gesprochen und sein Wort lag auf meiner Zunge. Wenn das Wort des Herrn auf der Zunge des Propheten lag, dann muss der Mund des Herrn, der das Wort aussprach, der Geist des Propheten sein. Denn innere Gespräche haben ihren Ursprung im Geist und erzeugen winzig kleine Sprachbewegungen in der Zunge. Der Prophet sagt uns, dass der Mund Gottes der Geist des Menschen ist, dass unsere inneren Gespräche das Wort Gottes sind, die das Leben um uns herum erschaffen, so wie wir es in uns selbst erschaffen. In der Bibel wird uns gesagt, dass das Wort dir sehr nahe liegt, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun könntest. Sieh, ich habe diesen Tag heute vor dich gestellt. Das Leben und das Gute, Tod und Böses, Segen und Fluch. Wähle das Leben. Die Bedingungen und Umstände des Lebens werden nicht von einer Macht außerhalb von dir erschaffen. Sie sind die Bedingungen, die sich aus der Ausübung der eigenen Freiheit des Wählens ergeben. Deine Freiheit, die Ideen zu wählen, auf die du reagieren wirst. Jetzt ist die richtige Zeit. Das ist der Tag der Erlösung. Was auch immer die Dinge von guter Berichterstattung sind, denke über diese Dinge nach, denn deine Zukunft wird geformt durch das Wort Gottes, welches dein gegenwärtiges inneres Gespräch ist. Du erschaffst deine Zukunft durch dein inneres Gespräch. Die Welten wurden geformt durch das Wort Gottes, welches dein inneres Gespräch ist. Sieh auf den Feldern, das Korn war das Korn, doch die Stille der Dunkelheit wusste. So ist auch der Glaube und das Vertrauen eines Menschen geboren, dass das Ende wahr wird, durch deren Ursprung. Wenn du Erfolg ernten willst, musst du Erfolg planen. Die Idee in deinem Geist, die den ganzen Prozess in Gang setzt, ist die Idee, die du als Wahrheit akzeptierst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den es zu begreifen gibt, denn die Wahrheit hängt von der Stärke der Vorstellungskraft ab, nicht von Fakten. Als die Frau sich vorstellte, dass ihr Arbeitgeber ungerecht war, bestätigte sein Verhalten ihre Vorstellung. Als sie ihre Vermutung über ihn änderte, spiegelte sein Verhalten diese Kette wieder, was beweist, dass eine Annahme, obwohl falsch, sich zu einer Tatsache verfestigt, wenn wir auf ihr beharren. Der Geist verhält sich immer entsprechend der Annahmen, mit denen er anfängt. Demnach müssen wir also, um Erfolg zu erleben, annehmen, dass wir erfolgreich sind. Wir müssen vollkommen auf der Ebene der Vorstellungskraft selbst leben und es muss bewusst und vorsätzlich geschehen. Es spielt keine Rolle, ob im jetzigen Moment äußere Tatsachen die Wahrheit deiner Annahme leugnen. Wenn du auf deiner Annahme beharrst, wird sie zu einer Tatsache werden. Zeichen folgen. Sie gehen nicht voran. Ein neues Konzept deines Selbst anzunehmen, ist insofern eine Änderung deines inneren Gesprächs oder des Wort Gottes und ist daher, diesen neuen Menschen bereits anzulegen wie ein Kleidungsstück. Unser inneres Reden, obwohl von anderen ungehört, ist produktiver für zukünftige Bedingungen als die hörbaren Versprechen und Drohungen der Menschen. Dein Ideal wartet darauf, verkörpert zu werden. Aber wenn du selbst ihm nicht eine menschliche Elternschaft bietest, ist es unfähig, geboren zu werden. Du musst die Person definieren, die du sein willst und dann das Gefühl deines bereits erfüllten Wunsches annehmen, im Vertrauen darauf, dass diese Annahme durch dich Ausdruck finden wird. Der wahre Test der Religion liegt in ihrem Gebrauch, aber der Mensch hat es zu einer Sache werden lassen, die verteidigt werden muss. Es ist durch dich, dass die Worte gesprochen werden. Gesegnet ist sie, die glaubt, sodass die Dinge vollbracht werden sollen, die zu ihr vom Herrn gesprochen wurden. Prüfe es, versuche es, Verstehe dich selbst als der oder diejenige, die du sein willst und bleibe dieser Vorstellung treu, denn das Leben hier ist nur ein Übungsplatz, um eine Vorstellung, ein Bild zu erschaffen. Und schau, ob sich das Leben nicht nach dem Modell deiner Vorstellungskraft formt. Alles in dieser Welt bezeugt den Gebrauch oder Missbrauch des inneren Gesprächs des Menschen. Negatives inneres Reden, besonders böses und neidisches inneres Reden, sind der Nährboden zukünftiger Kriegsschauplätze und Strafanstalten dieser Welt. Durch Gewohnheit hat der Mensch eine heimliche Vorliebe für diese negativen inneren Gespräche entwickelt, durch die er Misserfolge rechtfertigt, seine Nachbarn kritisiert, sich über die Not anderer freut und im Allgemeinen sein Gift über alle verschüttet. Solch ein Missbrauch des Wortes verewigt die Gewalt in der Welt. Die Transformation des Selbst erfordert, dass wir über eine bestimmte Phrase, eine Wortverbindung meditieren, eine Phrase, die impliziert, dass unser Ideal verwirklicht ist und ist und es innerlich immer und immer und immer wieder bekräftigen, bis wir innerlich von seiner Bedeutung bewegt wurden, bis wir von ihr besessen sind. Halte fest an deinen edlen inneren Überzeugung oder Gesprächen. Nichts und niemand kann sie dir wegnehmen, außer du selbst. Nichts kann sie davon abhalten, zu objektiv wahrnehmbaren Tatsachen zu werden. Alle Dinge werden aus deiner Vorstellung des Wort Gottes erzeugt, welches dein eigenes inneres Gespräch ist. Und jede Vorstellung erntet ihre eigenen Worte durch die, die innerlich gesprochen werden. Das große Geheimnis des Erfolgs ist ein kontrolliertes inneres Gespräch aus Annahmen des bereits erfüllten Wunsches. Der einzige Preis, den du für den Erfolg bezahlst, ist die Aufgabe deines früheren Gesprächs, das zum alten Menschen gehört, dem erfolgslosen Menschen. Die Zeit ist reif für viele von uns, die Regie zu übernehmen, um bewusst den Himmel auf Erden zu erschaffen. Bewusst und willentlich unsere Vorstellungskraft zu nutzen, um innerlich nur das zu hören und zu sagen, was in Harmonie mit unserem Ideal ist. Das ist es, was tatkräftig den Himmel auf Erden zu uns bringt. Jedes Mal, wenn wir uns liebevoll in unserer Vorstellungskraft üben, zugunsten eines anderen, vermitteln wir buchstäblich Gott zu diesem Menschen hin. Setze deine Vorstellungskraft immer meisterhaft ein, als Teilnehmer, nicht als Beobachter. Nutze deine Vorstellungskraft, um Energie von der mental-emotionalen Ebene zur physischen Ebene zu transformieren. Erweitere deine Sinne, sieh und stell dir vor, dass du siehst, was du sehen willst, dass du hörst, was du hören willst, und berührst, was du berühren willst. Werde dir auf intensivste Weise beim Tun davon bewusst, also gib deinem vorgestellten Zustand alle Töne und Gefühle der Realität, mach so weiter, bis du in dir die Stimmung der Erfüllung erregt hast und das Gefühl der Erleichterung. Das ist der aktive, willentlich durchgeführte Gebrauch der Vorstellungskraft. Im Unterschied zur passiven, unbeabsichtigten Akzeptanz von Erscheinungen. Durch diesen aktiven, willentlichen Gebrauch der Vorstellungskraft ist es, dass der zweite Mensch, der Mensch des Himmels, in dir erweckt wird. Die Menschen nennen die Vorstellungskraft ein Spielzeug, das Vermögen zu träumen, aber in Wirklichkeit ist sie die eigentliche Pforte zur Wirklichkeit. Die Vorstellungskraft ist der Weg zu dem gewünschten Zustand. Sie ist die Wahrheit des Zustandes, der gewünscht wird, und das Leben dieses Wunschzustandes. Könntest du dies vollständig erkennen, dann würdest du wissen, dass das, was du in deiner Vorstellungskraft tust, das einzig Wichtige ist. Innerhalb des Kreislaufs unserer Vorstellungskraft spielt sich das ganze Drama des Lebens ab, immer und immer wieder. Durch den mutigen und aktiven Gebrauch der Imagination können wir unsere Hand ausreichen und einen 10.000 Kilometer entfernten Freund berühren und Gesundheit und Reichtum auf die ausgetrockneten Lippen seines Wesens legen. Es ist der Pfad zu allem in der Welt. Wie sonst könnten wir über unsere fleischlichen Grenzen funktionieren? Aber die Vorstellung von uns bleibt. Sie ist erfüllt vom Leben unserer Träume in der Gegenwart. Durch die Tore der Gegenwart müssen alle von ihnen gehen. Stell dir das anderswo als hier vor und das dann als jetzt. Versuche es und sieh. Du kannst immer sagen, ob es dir gelungen ist, den zukünftigen Traum zu einer gegenwärtigen Tatsache zu machen, indem du dein inneres Sprechen beobachtest. Wenn du innerlich sagst, was du hörbar sagen würdest, wenn du physisch anwesend wärst und dich physisch an diesem Ort bewegst, dann hast du es geschafft und du könntest aus diesen inneren Gesprächen und aus den Stimmungen, die sie in dir geweckt haben, vorhersagen, was deine Zukunft sein wird. Denn allein eine Kraft für zu gewinnen, Vorstellungskraft, die göttliche Vision, alles, was uns begegnet, ist unser Wort, das sichtbar gemacht wird. Und was wir jetzt nicht verstehen, ist, dass es verbunden ist durch Anziehung mit den unerkannt gebliebenen Kräften unserer eigenen inneren Gespräche und den Stimmungen, die diese in uns erwecken. Wenn uns nicht gefällt, was mit uns geschieht, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass wir einen Wechsel vom geistigen Sterben brauchen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wie man sagt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes vorangeht. Und da wir den Mund Gottes als den menschlichen Geist entdeckt haben, ein Geist, der vom Wort lebt oder vom inneren Gespräch, sollten wir unseren Geist nur mit liebevollen, edlen Gedanken speisen, denn mit Worten oder inneren Reden bauen wir unsere Welt. Lass der liebe, göttliche Hand euren Hunger und Durst wecken, nach allem, was edel und von gutem Beitrag ist, und lasse deinen Geist hungern, bevor deine Hand nach einem Becher reicht, den die Liebe nicht gefüllt hat, oder nach einer Schale, die die Liebe nicht gesegnet hat, damit du niemals wieder sagen musst, was habe ich gesühnt, was habe ich getan, oh allmächtige menschliche Worte.